Komfort bedeutet für mich, in einem Space zu sein, in einem Raum, in einem Zustand, in dem man die Grenzen, die der Raum physisch vorgibt, nicht akzeptiert, in dem man mit anderen Künstlern zusammenarbeitet, in anderen Kunstformen, um den Raum zu brechen, man eine neue Perspektive schafft, eine neue Dimension und in eine gewisse Art von Flow-Zustand kommt, in der man nicht mehr wirklich nachdenkt, sondern instinktiv handelt. Und das bedeutet für mich Komfort.